Yo, ihr Checker und Chicas, hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Smash. Also, das Ziel ist, also für Valentin, der hat es noch nie gespielt, das Ziel ist einfach den anderen runter zu schubsen und Schaden zu geben. Und man kriegt verschiedene Items, muss halt rausfinden, was es für Items, also die kannst du nicht vergleichen wie im Minecraft, was wir so spielen. Das ist total anders. Also ich habe jetzt hier einen Teleporter, das ist dieses Enderauge, ja, guck mal. Und jetzt kann ich dagegen schmeißen und dann bin ich da. Okay, den kannst du essen. Aber nur, wenn du Schaden hast, äh, Schaden hast unten auf der, wir schlagen jetzt mal alle Valentin kurz. Und jetzt guck, jetzt steht, steht unten Level, ne, bei dir? Äh, Level? Na, unten bei dir in der Levelleiste, lass mal einfach mal aufhören. Und jetzt is mal was, is was. Und jetzt, davon gehen die Dinge ins Zweck. Äh, wo? Und jetzt, wir fighten einfach. Nein! Nein! Fucking Killstealer. Oh, das habe ich noch lange gesehen. Das war nicht Killstealer. Ja. Oh, das hast du ja hingeschmissen. Piss dich! Oh! Oh, scheiße! Der macht uns unsere ganze Platz. What the fuck! Bist du dumm? Ja, ein bisschen. Ja, ein bisschen. Irgendwie, bei mir hackt die ganze Zeit. Ja! Ja! Mein Vergleich. So, was machen wir jetzt hier? Wir müssen ans Gegensatzteilen. Oh, ich habe eine große! Oder, nein! Ich habe eine Wolke! Du, mach rechtsklick, mach rechtsklick, auf zwei Jörg und damit, die schießt wie bei Mario so Feuerblumen, aber die Hassern nicht unendlich. Du kannst auch heißen kommen. Du kannst immer auf irgendwen drauf schießen. Das ist ein cooles. Ich helfe dir. Verdammt. Nein! Alter! Äh, Loll, ich mag dich nicht mehr. Komm und kämpfen wie ein Mann, du. Das ist wirklich. Du hast einen Schritt. Ja, das funktioniert bei mir gerade irgendwie mega nicht. Rechtsklick. Ja, mach ich die ganze Zeit. Ich, bam und 있 dann und das... Fuck! Nein! Alter, du hast eine Granate. Ja. Sie haben sich das zufrieden. das heißt ja das ist noch ein bisschen zu schauen dadurch das Ding durch wir können du kannst aber auch nicht so ein Cut machen so lange bis zur nächsten Runde bei mir geht grad gar nichts ich kann grad gar nichts machen bis zu so gut sind stirb zu hören, stirb! I will never die mein Leute ich kann mich nicht bewegen das nennt man Chat-Pack so was muss ich guck ich mach die jetzt um sich weil ich weiß ich hab sogar aber das hängt gerade so übel weil ich sie auf der Schuhe ich zieh es auf den anderen Bildern vielleicht klingt es ja nicht so von ihm und jetzt ja okay wollen wir mal was anderes spielen ja wir machen noch mal komm jetzt soll man auf andere Maps spielen oder so mal das Spiel das noch mal da kommen wir nebenan okay werden einfach umquitten mit juhu so einfach ja schon da haben die Welt da haben gleich und die er ja genau macht es war ich ich sehe aber nicht und jetzt können hier wieder dasselbe oder die Sauer sind wenn er auch wieder du bist bei mir gerade außerhalb der Scheibe gewesen das wird auch machen will ich auch machen da gibt es für die Reihenfolge Prozent Heimatländer ja folgendes auf jeden Fall und ob sie können und erlaubt auch Proben dieser Platz was er für die Gruppe das heißt es ist ja ja auch so ihr findet mich nie ist hochsachen bis auf dem Suche nun bei den Schuhen naa und so ein ohne er weiß es dann kommt ein böses Ding wo ich guck zu ich habe Doping Speed Du musst Doppelsprung machen Ja, habe ich auch nur ein bisschen zu spät Das ist ein bisschen halt nur was für die Guten Ich habe Hunger Ganz toll Also, real Hunger Wo versteckt sich auch die kleine Pissnäke Huy, nein! Ah, ja, übrigens, da bin ich auch dabei Ah, ja Du Schockbo Haha, ich mache euch alle fertig Piss dich! Oh, Junge! Alter, der Angel mich Hab mich getroffen Mich nicht Mich hat er getroffen Ich habe mich aber auch getroffen Jetzt gehen alle auf, bin ich dir und Nee, ich gehe auf die Woche Ja, ich gehe auf die Woche Ich will dich nicht einwickeln lassen Immer auf die kleinen Dummigen, also auf Josch Haha Wunderschön Was ist jetzt? Junge Oh, verpistig Oh, verpistig Wer macht mir Angst Wer Ja, ja Da ist ich erstmal was Prost Was hat die jetzt so festige Feuerblumen? Nein! Am Arsch! Ich zünde jetzt das ganze Schiff an Ja, ja, ich zünde jetzt das ganze Schiff an, so Alter 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 Scheiße, dich weg Oh Scheiße Was war das? Ich hab dich auf den Arm genommen da runter Auf den was? Auf den Arm genommen? Rechtsklick Auf einen noch Oh was, du bist hier unten? Was soll die Kacke? Ich des Authority Gehelecht哦 Ich habe eine sehrviele Gremsk Erzähl Stecke holy Verheber 3 hat wenn wir wieder ein bisschen Doping und auch ein bisschen Furt und Bingen Stimmbach das war ein ja wenn wir aus seiner Welt in einem Rumpenballer zum anderen muss er sie selber besiegen weil sie alle auf ihn in der Sonne ist blöd die sind auf mich gegangen auf mich ist auch nicht gegangen da oben hockt er ja nein doch hier oben spawnen immer die besten items deshalb bin ich hier oben fucking Camper also hockt er da oben hier kommt er doch ich komm hier hoch irgendwann werde ich hier hochkommen oh verkackt doch nicht ich schaffe wo ja hab ich getroffen 9 josh ne verkackt das war ein bisschen wir haben uns vor um das ich verkackt das chat pack hat mich bis ganz nach oben gereicht das 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 ja das so das da ist auch nicht da ist auch nicht Geh weg. Nein. Wow. Das ist einfach mal ein Loch. Oh. Spinner. Oh. Scheiße. Was war das für eine Granate? Achso, das war der Rocket Launcher. Ne, Alter. Königlich laufend. Bei mir über den Allerwärm ist er nicht. Nein, ich will sein Schwerd. Ja, ha, ha, ha. Ich hab dir Schwerd. Ne, ne, krieg ich ein Schwerd. Oh, scheiße, doch. Die Spitzel wäre mir lieber gewesen. Ja, ha, ha. Da hat er um die Vorliegte nicht. Da hab ich noch was. Wollte auch. Wollte versteckt ihr euch. Wir verstecken uns nicht. Ansonsten nicht in der Verständnis nicht bewegen. Achso, das war's. Der Ballertasche wiederum. Verdammt, das lebt zu einem. Du bist einfach behindert. Ich fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Mein Holscher ist gleich kaputt. Schnell wegschmeißen. Nehm ich mir lieber sowas hier. Scheiße. Hatte kein Schottbau. Warum gehst du auf mich? Weil meint ihn hinterm Mast stand. Nein, Alter, was war das für ein Schlag? Nein, ich scho. Nein, ich scho. Oh, ich bin nicht. Alle, alle. Was ist tot? Nein, ich habe einen Enderporter. Nein. Ein Enderporter. Ja! Du kleidest! Hallo! Nein, ein Schwert! Ein Schwert! Jos, wie geht's denn am Enderporter? Ja, verbraucht! Nein! Oh! Guter Flug! Ich bin immer wieder dankbar. Ich bin immer wieder dankbar. Ich wurde von 100 Rappers destroyed. Loll! Du hast auch noch ein Leben. So, schauen wir mal ein bisschen nahe. Ja, ich hab zwei Enderporter. Du glücklicher. Loll! Ja, da waren zwei auf einmal gelegen. Das finde ich nahe. Schauen wir mal bis zum Schloss kaputt noch. Fast kein Robbis. Ich bin immer wieder nicht, was er nicht machen würde. Ich brauche mich in den Keller. Guck mal, das so nimmst mal. Du kannst auch spektaten mit dem Kompass. Oder nee, geh auf das Schild im Raum, spektatern kann es auch in der Map fliegen. Ja, Moment, ich sehe hier gerade nichts. Ich bin nur ziemlich hoch geflogen über die Masken raus. So, wo seid ihr denn? Sieh euch nicht. Wie fliegt? Ich mach gerade Josch fertig. Ich will es auch. Hallo Josch. Ich seh dich. Hallo. Jawoll. Also, da habe ich dich reingeschlagen Josch. Ich bin in den Keller gegangen. Achso. Mano, lebst du noch? Oh Mann, was soll ich tun? Ich bin tot. Ich fang gerade. Oh, komm, ich bin nicht weg. Wir haben Arsch, Junge, fällst du. Jetzt fällst du. Jetzt bin ich ganz froh ansatz. Ja, Leute, alle gepistet. Okay, wo ich... Machen wir dann das Schild noch. Können wir eine andere mitmachen? Wollen wir mal was ganz anderes machen? Bad Wars oder so? Ja, lass Bad Wars eine Runde spielen. Äh, was? Okay, Leute. Wir sehen uns dann wieder nach einem Cut, ja? Okay. Äh, bis denn und tschüss, Ikowski. Yo, ihr Checker und Chicas. Hier sind wir wieder. Wir spielen jetzt eine Runde Rush oder Bad Wars auf dem guten Sack. Slimecraft.de. Er schafft diesen Sprung auf den Zaun. 100% möglich. Ich schaffe ihn. Ja, genau. Und, das Ding ist gerade irgendwie... Also, wie gesagt, der 100 Rapper ist auch dabei. Und, das Ding ist halt... Wir können gerade irgendwie keine Teams auswählen. Auf den... Josh, nicht auf den Zaun, auf den Zaun hier. Ja, ich weiß, aber ich will gucken, ob das möglich ist. Ne, ist nicht möglich. Ja, und wir warten. Wir haben jetzt voll eine halbe Stunde gefühlt, eine halbe Stunde auf einen anderen Spieler gewartet. Es waren nur zwei Sekunden. Ja... Nein, war schon ein bisschen länger. Ey. Aber... Ey, Jörn. Was? Ich spring mal in den Brunnen. Das ist ein Keimgang. Ja, im Arsch, Junge. Da kommen wir nicht mehr raus. Ist das so? Komm, ich springe auch rein. Ja, okay, dann lass uns zu dritt rein springen, ja? Okay, hallo. Ja, wir kommen nicht mehr raus. Zehn Sekunden, ich werde... Pups. 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 Ja, ich bin mit Jos. Was soll die Scheiße, wo seid ihr alle? Ich bin hier im Raumschiff. Und was soll ich machen, und ich bin hier... Hier ist Elfriede, Elpie mit Piccolo, wer? Ja, H-D-LP mit Piccolo, als ob das der echte ist. Hallo, kann man mal eben was man macht, was ich machen muss. Das ganze Zeug sammeln und dann Kraftn-Arger und dort zu den Dorfbewohnern gehen. Dorfbewohner, auch Mann. Und Blöcke bauen. Oder halt... Du bist eigentlich im Gegner-Team, warum helfe ich dir? Weil ich nicht weiß, es geht, Depp... und dann müssen wir das musst du das Recht von uns zerstören ich weiß ob es überhaupt ist um ich will kein Bild er ist auch nicht in den Kuhlobos und er ist noch genau wie er musste zerstören okay beim Gegner da muss sich dann zu der Insel der Gegner überbauen und über von ihm und auch schon die ganze Zeit aber ich weiß nicht wie du es machen bis nicht als einziger nicht mit uns im Team ist schon traurig ne ja ist schon traurig aber hätten auch den griffen doch das ist doch nicht was er die Lohre Loll das ist so ist es waren Jürgen direkt rüber ich komme nicht raus ist es den ich bin eingesperrt also da hinten geht's raus also Jahrhundert und er noch eine Art Spitzhacke und dann glaube ich auf dem Papier nicht oder ich habe ein Schwert erst mal und noch eine Spitzhacke so 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Bunkern ist Lekt bei mir grad richtig mega alles der goldene Blocks wie er das Mühle ist weil sie auf einigen wir wissen wie sie nicht hier ganz allein aber scheiß nein bei dir ist noch cool kass sechs und endlich mit die wollen uns fertig machen die kommen rein die die ist doch den Block zerstört man ja schon aber trotzdem kommen sie zu uns und die Menschen ist gestorben ja Attacke feste den Rund am Boden Nein zerstört sie ich mache jetzt mit der Handkund mache ich auch ein paar Jahre über Goldschwerte Decken die sind ja nein sagt jetzt ist er tot wie viele gibt es noch einmal die es gibt doch nur noch dich alles mache ich weiß ich mache jetzt auch heiße wo bin ich hier aber wir haben Hello Kitty ja ist das eine Pflaume ich komme hier nicht mal rein ja okay ich bin gestorben Junge ist das unser Bett ich glaube schon der blaue Block wurde zerstört aus verdammt die Schmerzen sind in der Karte ab ich bin nur ausgeschrieben nein das heißt die noch ein Jahr aber ich war da haben wir es ist so ein guter Stadion die Verkarten die E-Lehrer 1 da war ja guck mal wo ich bin ich weiß nicht wo du bist lebst du noch nein du lebst nimmer doch ich lebe aber noch ich habe noch gelebt die stadt die ganze zeit da hinten im hintergrund er hat noch gelebt was soll ich heiße mag es sein wird zwischen den Kumpels in der Hand nein ich hatte ich hatte gar nichts in der Hand weil ich auch nicht einsam gehabt ja okay Leute ja geht an was soll man auch noch eine Runde wird was spielen was haben wir müssen ja was soll es machen keine Ahnung in diesem Jahr ist das Spiel ist mir zu deutsch es kommt nur zu 2 ach ach ne das das ist quasi sowas wie Ender Games du kannst noch ein bisschen mehr Scheiße machen ne das geht fast das will ich ja okay aber wieder hier auf dem Server oder ja ja ne die Leute wollen noch mal Rush noch mal Rush ach wo zuhörlisch der Scheiß auf dem Kompass ja ja wo Arsch welchen hier wieder dieselbe nö das auch man wieder dieselbe Josh ja ich muss aber eigentlich mal ja ich hatte kommen wir jetzt gehen dasselbe Team jetzt kann ich naja es nicht genügend Spieler noch geht es nicht das ist schon da ja ich bin da hey du bist gar nicht im Spiel aber auch bei uns spiel im Spiel wo seid ihr dann wird man den Niemann hier wer hat sich zeigt sich und sie gehen mit mir wieder in der gleichen quasi in der 8 ja ja ich sehe Frau noch ein Spieler jetzt lass aussehen Team Blau Blau Bisse drin ich habe hier im blauen Block das ist die GmbH verstehe ich bin 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 dann ist ein Kf Ruth klick auf das gelockte auf den verfassenden Block ich bin ich bin jetzt im Gold du bist im Ball wie bitte kräftiges blau und 100 kommt doch jetzt noch schnell ist blaue kann ich mir das ding ist voll nein 3 von 4 jetzt bist du drin so was du bist jetzt blau wir sind jetzt alle blauen guck mal hier steht es über unseren köpfen blau ihr habt alle keinen plan passt doch ja aber irgendwie war noch jemand anders drin jetzt nicht scheißegal ja es ist genau gleich viel verteilt wird kommt dann halt noch jemand sonst weil er weiß jetzt die ganze sache wir machen haben es keine hat gemacht johannes Frau mir kann es sich um uns direkt rüstungen zu uns und rastet durch ich mache ich mache ich mache ich komme in der Brunnen ach so ja der Kurs an der Nase dafür also ich mache blöcke weil ich ihn macht rüstung und josh ist der Depp der einfach rumsteckt ich bin aber auch Glück gemacht boah jungen da macht er ja auch Rüstung und du machst halt was anderes scheißegal ich mache mal weiter stecke ich ersticke ich ersticke was komisch ist er stück doch gar nicht jeder macht für sich ich mache noch erst mal warten so jetzt habe ich schon ich probiere es jetzt noch mal das ist ja ich verstehe nicht ich verliere kein Leben die Luft anhalten nach das ist ja die Gacke die die ich habe ein ganzes block ich verlasse auch was übrig haben wir was soll die kacke ich kann meine maus nicht bewegen es gibt zwei minuten nie sagt los auf welchen bogen braucht man ja gold von der scheiß kommen wir mal so ein schlechtes Stück soo in deinem ernst mich pisst irgendwie grad das ganze ding an kaum haben wir zwei bildschirme schmiert die ganze scheiße schon wieder halb ab so jetzt habe ich eigentlich Blöcke alles zum Dorfbewohner reingeschmissen Alter das ist gerübelst 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 ja ich komme gleich mit ich mache noch ein paar Blöcke ich mache noch ein paar Blöcke aus dem Block was so weit ist schon unterwegs ok war mal ich habe noch viel zufrieden den Baujahr ich kann machen du kannst übergehen ja ich habe keine Rüstung dann lass mich jetzt auch keine Rüstung ich habe auch keine Rüstung die ausbauen die du rüber ja du hast Rüstung ich baue hier zu machen ich habe auch noch ein bisschen nur so ich will ich habe mir vor und ich bin so ein richtig fettes Top Secret, bloß jetzt habe ich keine Blöcke mehr ich habe wunderschön die Truhe platziert wir sind blau, oder? ich glaube wir sind gleich ziemlich am Arsch weil er glaube ich gleich jemand rüberkommt okay ich habe auch keine Blöcke mehr Alter, die sind liebe gute Quid eben gut verkauft ja ich baue mich doch schon bist du schon wieder ich bin oben ich bin über euch so Gerüstung Lederschuhe das kann ich mir wenigstens ein Schwert machen das ist doch mal was ich bin gleich bei dir auf der Base nice hier ist gut ne ja kann man schon mal machen ne ich mache hier mal keine Blöcke äh manche Richtung auch noch Schuhe jetzt mach ich mir noch schnell ne ordentliche Spitzhacke oh lecker ist dieser Sau ich bin über den und die können nichts machen weil sie keinen Bogen haben die gehen jetzt alle in ihre Base das alle soll ich wollen holen so ein bisschen essen Heilung 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 noch weiter zu unser Bett äh Block unser blöckiges Bett verdammt ich hab kein Essen am Arsch am Arsch halbes Herz halbes Herz Leute rettet mich die schießen mit Bogen auf mich ich wollte in die Mitte ich hab ein halbes Herz nein ich bin auf dem Bogen ich bin Meister Bogenschützer wir brauchen ein Gold und Gold ich bin damit er nicht am halbes Herz ne jetzt zwei aber ich kann ja ein bisschen noch zu bauen mach ich auch grad hier ich hab noch 64 ich hab noch 64 kann mir jemand essen bringen nicht mehr drauf ich kann mich nicht bewegen warte oder ich bringe gleich ist im Moment mal ich hätte gern Gold für einen Bogen weil ich bin hier Meister Bogenschütze ich sehe ein bisschen den Weg bei uns ab im Sniper muss ich jetzt alles allein machen wollen und es behalten ja ich sehe ein bisschen den Weg von uns ab ich sehe hier unseren Block noch weiter ab ich muss wieder was essen ja warte ich bring dir gleich was Alter fickt euch alle ich hab anderthalbärzen ja ich hab ja ich bin lieber nicht raus weil sie da oben scheiße bauen können wir die mal ablenken können wir die ablenken können vorlachen oder oder bau den mal auf dem Block da war ein bisschen mies platziert soll ich mit ich regeneriere nicht mal mehr essen ok komme ich hier auch irgendwie wieder hoch soll neben uns waren welche ich hab's gesehen oder oder schau passt mal auf zwei Leute zwei Leute von denen sind weg das heißt es müssten zwei bei uns das ist der RASCH-Shop was da oben steht der Eier ist bei euch eines bei euch wo denn ja frage ich mich auch einiges einiger drückende ich brauche 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 da mache ich welche ähm der ist dann könntest du noch welche hast ich habe es mal wieder 2 mal 64 und sofort zum Rechnen ich werde sterben ok mach das mal ich bin da ich bin da Häuptling gespaltener Anus ich werde sie jetzt in unserem Boden fisten das war heute heute gespalten aus ich habe drei Gold ja gemerkt dass ich mich in den Boden ich bin wohl ich bin Meisterbundschützer auch scheiße ich bin 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 Komm ich bin ich bin ich bin ich bin ja genau um ich kann und von der Welt und der Welt zerstören um ein wo ist jemand da drin unser Block ist zerstört ja ein neuer Leben schütteln er er mit dem schiffen buchten doch kommt hierher kommt da wo die blöcke rauskommt die dinger auskommen kommt hierher ich baue zu da ist eine auch scheiße ich werde und so kommt her wo die blöcke sind ich bin aufgeschieden Jetzt habe ich noch einen Teleporter. Der beste Bubenschütz ist das auch nicht, gell? Da, kommt einer. Okay, ich bin am Arsch. Wir sind, glaube ich, alle tot. Ja, absehe ich doch. Nein! Das Leben ist grausam. Ja. Ja, okay, Leute. Das war es, glaube ich, dann für heute mal ein bisschen Let's Battle. Das war schon mal Action. Das war eigentlich quasi nur ein Test, ob wir mit anderen zusammen mal irgendeine Scheiße machen können. Und ich bin der Meinung, wir lassen jetzt erst mal das auf uns wirken, dass wir fünfmal verloren haben. Ich habe gewonnen. Und in diesem Sinne, checkt uns auf Twitter, Facebook und auf YouTube ab. Und heute bin ich. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Bis denno. Und tschüss, Ikovski. Und übrigens, schaut noch beim Hundrapper vorbei. So, tschüss.